Das Werderberger Schlossfestspiel präsentiert La Traviata Die Opern von Giuseppe Verdi vom 2. bis 18. August am Werderberger See Infos und Tickets unter latraviata18.ch Das können wir bestimmen. Das wäre ideal. Es ist schade, wenn Sie in der Mitte etwas leises dafür sind. Es muss noch besser eingefasst sein. Ist es dir als Dirigent möglich, mir ein Zeichen zu geben, wann das kommt? Für dich. Ja, also wenn Alfredo mit Liviano beginnt. Beim letzten Teil bleiben wir stehen und schunkeln erst, also schunkeln nicht, sondern werfen die Gläser hoch. Und dann halt so wie die Dramaturgie der Musik aufgebaut ist, es geht immer so hoch und runter. Also man schunkelt jetzt wieder längs hin und dann schunkelt man wieder, hat wieder einen Höhepunkt, dann kommt es wieder runter und zum Schluss dieser Rektor. Das ist der Klavier-Aussuch. Die Partitur ist dreimal größer. Das ist der Klavier-Aussuch. Das ist der Klavier-Aussuch. Das ist der Klavier-Aussuch. Das ist der Klavier-Aussuch. Undiamo, andiamo, andiamo in questo paradiso Nessopra, nessopra e non vodì Nessopra, nessopra e non vodì Nessopra, nessopra e non vodì Die Werderberger Schlossfestspiele präsentieren La Traviata Die Opern von Giuseppe Verdi vom 2. bis 18. August am Werderberger See